Musik Hallo, ich bin Clemens. Ich bin der Philipp. Und wir sind Milky Chance. Und wir befinden uns über den Dächern unserer Heimatstadt Kassel. Wir wollen mit Levi's die Levi's Music School in Kassel, also in unserer Heimatstadt gründen, wo wir auch noch alle wohnen. Und das finden wir ist eine super Sache. Vor allem, weil es auch etwas langlebiges werden soll. Hört euch mal um. Geil, danke. Tschüss. Tschüss. Wir haben uns halt durchs Musikmachen kennengelernt und durchs zusammen abhängen und Sachen machen und feiern gehen und was man sonst so macht. Und das hat ja auch total viel miteinander zu tun. Zumindest auf dieser Ebene zur Musik finden und erstmal zusammen musizieren. Miteinander eine gute Zeit haben, was ja auch einfach Freunde sowieso haben und aber auch diese Musik machen. Immer die Woche zusammen zu kommen und irgendwie das zu machen, wo alle daran Spaß haben und an was zusammen zu schleifen. Und es ist schön, wenn man jetzt wirklich da was machen kann. Ich habe ein kleines Überraschung. Oh mein Gott. Schöner Moment. Die haben ja dann Musik gemacht und das Lied gesungen. Die sahen alle sehr happy aus in dem Moment. Da habe ich mich einfach gefreut dann mit denen abzuhängen. Soll jetzt hier nicht irgendwie die neue Milky Chance Studiospiele sein, sondern es soll ja wie gesagt einfach nur ein Ort sein, wo Leute hinkommen. Kannst du chillen, kannst du kochen, kannst du Spiele spielen. Und das ist ja alles, was die Kultur hier in Kassel langfristig bereichert. Das war schön. Wir legen los. Die Leerays Music School wird hier gebaut in Kassel. Bleibt dran. Wir laden immer wieder Videos hoch.